Ich habe nicht gewusst, ob die Kamera eingeschaltet hat oder nicht. Da war nichts sicher. Wie wir am Duftball stöhnen. Zauber, Tennis. Sehr gut. Es war ja eine kurze Pause. Eventuell ein paar Schläge mit Erika. Erika, eventuell ein paar Schläge mit Erika. Etwas. Erika, spielst du mit Marianne ein paar schöne Schläge, bitte. Sehr schön. Bewegung, junge Frau, Bewegung. Na, hallo. Deine Lieblingsböne. Das ist die Licht. Ah, mit dir. Ja, super. So aktive Frau. Fantastisch, wirklich. Super, super. Silvia, super. Ah. Ah. Er geht so nicht einatmen, einer auch. Ah. Doch. Ah. 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 Da muss man auchpassen. Das geht nachmach. Ah. 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 Was darf ich einbauen in deine Leerführung? Super, ganz super, ganz schön, wie sie das sehen. Schön, es fließt, ja. Jetzt kannst du ein paar weiter. In irgendeiner Weise weiter anlegen. Das finde ich echt viel Spaß. Ah, der Punkt ist cool. Danke dir, super. Ein paar Aufnahmen. Atmen, Pause, noch eine Silja von einem anderen Winkel. Silja, bleib genau dort. Genau dort, bitte. Von der anderen Seite wirst du auch aufgenommen. Das ist aber nicht gleich Schokolade-Setzen. Weite Ausschwingen beim Lincan. Richtig, das Papier ist schön, du willst das auch sehen. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Lass ihn, lass ihn. Lass ihn, lass ihn. Aua. Zwei Pfadetreffen rum von deinem Körper. Sauber. Noch eine halbe Minute. Nach der Rückwärtsbewegung soll man auch fahren können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017